Wir haben heute hier mit dem Bülent auch noch was vor, und zwar einen Gag. Das werden wir ihm gleich an den Popo kleben, nur merkt das nicht. Ganz viel Erfolg und danke für das wieder sehr sympathische Interview. Tschüss und viel Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Er hat es nicht gemerkt.